Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Casio Class B2. Wir schauen uns diesmal an, wie wir die Statistik auf diesem Taschenrechner bewältigen können. Ich habe uns hierfür zwei Beispiele rausgesucht, eines nur mit ein paar Werten und ein zweites Beispiel mit einer Häufigkeit auch dazu, damit wir uns eben beide Varianten anschauen können. Schauen wir uns zuerst einmal das erste Beispiel an. Wenn wir uns jetzt hier die statistischen Werte ausrechnen wollen und ich habe jetzt hier nur exemplarisch arithmetisches Mittel- und Standardabweichung zu stehen, aber ich zeige euch natürlich, wie wir alle Werte bekommen, dann brauchen wir hier einmal zum Menü auf Statistik gehen und kriegen dann hier als erstes gleich einmal eine Liste, in die wir dann die entsprechenden Werte eintragen können. Das heißt, wir tragen jetzt hier einmal ein, die einzelnen Werte 168, 169, 171, 174, dann haben wir noch die 179, die 181, die 182, die 183, 188 und dann noch die 191. So, und wenn wir die Werte jetzt eingegeben haben, dann haben wir direkt die Möglichkeit hier mit Calc, also Calculate, also berechnen, sozusagen eindimensionale Variable auszuwählen. Damit erhalten wir hier folgenden Menüpunkt, nämlich die X-Liste, das ist dann natürlich die Liste 1, die haben wir befüllt mit unseren Werten und die Häufigkeitsliste ist in dem Fall halt einfach 1, weil jeder Wert nur ein einziges Mal vorkommt. Und wenn wir jetzt hier auf OK drücken, dann erhalten wir automatisch die gesamten Werte, die wir brauchen. Das ist das arithmetische Mittel, gleich einmal das erste. Die nächsten Werte sind dann eher irrelevant für uns normalerweise. Als nächstes dann wichtig ist die Standardabweichung und die Stichprobenstandardabweichung, also Sigma und S. Dann habt ihr hier zur Kontrolle noch einmal, wie viele Werte ihr eingegeben habt, das sind in dem Fall 10. Und dann noch die 5 klassischen Werte für einen Boxplot, nämlich der kleinste Wert, Q1, Median und größter Wert. Und nachdem der Modus hier in dem Fall alle 10 Werte sind, weil jeder Wert nur ein einziges Mal vorkommt, steht hier natürlich 10 mal Mod da. Und dann haben wir noch zur Not noch zwei Sachen, nämlich Mod N und Mod F, sind aber in dem Fall auch irrelevant. Schauen wir uns noch das zweite Beispiel vom Aufgabenpool an, diesmal die farbenfrohen Gummibären. Da haben wir jetzt auch wieder einige Werte gegeben, aber mit Häufigkeiten dazu. Wenn wir jetzt hier die Liste entleeren wollen, dann habt ihr hier unter Edit die Möglichkeit, Liste löschen zum Beispiel. Oder ihr geht es einfach gleich auf alles löschen, das ist überhaupt das Beste. Das habt ihr im Übrigen auch in anderen Menüpunkten, da könnt ihr direkt auf alles löschen gehen. Da fragt ihr euch, seid ihr euch eh sicher? Und zack, ist die Liste leer. Und entsprechend können wir jetzt hier die Liste neu befüllen. Das heißt, wir haben in der Liste 1, geben wir jetzt einmal die Werte ein, also 17, 20, 21, 22 und 24. Und in der Liste 2 geben wir jetzt entsprechend die Häufigkeiten ein. Das heißt, wir haben hier 2, 3, 3, 1 und 4. Und dann gehen wir einfach wieder hierher auf Calculate, eindimensionale Variable. Und haben jetzt hier wieder die x-Liste, also die Werte sind in der Liste 1. Und bei der Häufigkeitsliste wählen wir jetzt einfach die Liste 2 aus, können hier wieder auf OK gehen und erhalten wieder entsprechend unsere Werte. Ihr seht es dann auch zum Beispiel hier beim N, dass er sagt, es sind 13 Werte, die wir eingegeben haben, also deutlich mehr als die 5, die wir hier haben. Das heißt, ihr kennt es dann hier auch, dass er checkt, dass hier die Häufigkeiten auch mit berücksichtigt wurden. Und jetzt seht ihr auch hier, dass der Modus zum Beispiel nur 24 ist, weil der einfach am häufigsten vorkommt, nämlich 4 mal. Das heißt, das ist dann nicht so eine absurde Liste von lauter einzelnen Modalwerten, sondern eben nur ein einziger. Das war es dann auch schon wieder zur Statistik. Wir sehen uns sicherlich in einem anderen Video wieder. Wir sehen uns sicherlich in einem anderen Video wieder.